und ich bin mir gerade unsicher ob ich hier die erschöpfung heilen sollte wahrscheinlich ja wahrscheinlich sollte ich das tun ich kann das wirklich haben dieses wasser so okay so von dir weiß ich du magst joghurt das habe ich mir gemerkt so was könntest du mögen keine ahnung hier butter wobei versuchen wir es erstmal mit zeug was nicht ganz so viel heilt käse ja du magst käse das ist gut magst du auch käse offensichtlich okay dann passt das dann passt hat wieder so frage ist ich einen waffen was ändern will eigentlich nicht an sich gerade nett nö nö das passt okay dann reden wir doch mal mit jedda impreßive i did not expect all of you to make it here enough talk i will see miller now where is she such impatience is unseemly your highness and at any rate i'm afraid miller isn't here she's underground on lord duma's altar i don't understand i can grant you sight if you so you desire gaze now upon your precious earth mother oh no what have you done she she's been turned to stone look there piercing her brow is that falchern you have a keen eye boy it is indeed the divine blade you will likely doubt me when i see this but that was miller's doing the moment emperor rudolf sealed her power miller sealed away falchern do not ask me her motive in this for i understand it not but no force in this world now remains which can harm lord duma she's left her children to their fates her no this is impossible well i don't understand why would you do this have you truly forsaken us your lamentations are wasted child if you truly wish for her release you know what must be done you must offer up your soul to lord duma uh did he just say what i think he said i'll offer her soul oh god so we could know she wants to turn you into a witch that is a really bad idea this is a really bad idea without the divine dragon's power all the valentius people are lost and the only thing that can save the dragons is the soul of a brand bearer so that's what you couldn't tell us aunties you made me a promise remember you promised not to throw your life away again i'm sorry comrade i'm sorry everyone please forgive me i can't tell you how much it means to me that we've come so far together aunties you lot are no longer necessary be gone to wherever you will um hmm call yourself your highness i've merely sent them below as for your preparations i fear they will take some time yet you can while away the hours here watching the boys suffer auntie auntie no ok ich habe items verschwindet na egal passt schon that last quake cleared out some of the rocks the road's passable again goodness what a stroke of serendipity come now om let's hurry across before the next tremor hits right hmm is something the matter no i mean it's just it feels strange is all a little too convenient a little too convenient it's almost like i can feel someone's intent behind it an intentional rock slide really all me worry too much now chop chop one mustn't dawdle hello wait you on the far side i don't like this at all i hope you're all right celica tja hmm leider nicht okay so schauen wir doch mal ne jenis mhm wir haben hier ergebene Gellia, Magnus und Hestia. Okay, sie hat Ambrosia dabei, ja Mensch. Böde Verteidigung. Silberbeutel XL. Ja, den will ich ja schon ganz gerne haben. Wow, wie weit es hier nach rechts raus geht. Okay, hier ist auch noch eine gegnerische Truppe, natürlich, wie sollte es auch anders sein? Ja, okay, okay, okay. Lothia hat halt nur ein Mannerkraut, ne? Das ist ja auch irgendwas ein bisschen meh. Hm. Assistenz plus vier? Eigentlich nicht so wichtig für ihn, ne? Hm. Ich gebe dir mal ein Liederschild, ich glaube, das ist besser, ich glaube, das gefällt mir besser. So, na denn, let's fight. Lasset uns kämpfen. So. Hier kommen die Gegner gerade so an Cliff ran. Ah, die Bogenschützen. Ja, gut. Das ist mir sogar relativ recht, muss ich sagen. So, und hier drüben. Bogenschützen, 16 Angriff. Könnte ich halt Turbin reinsetzen, ne? So. Komm. Setzen wir Turbin mal da rein. Und, äh, hier oben. Ähm. Hast du einen Bogen ausgerüstet? Nie. Das ist gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Salutations, Thorne. Salutations, Claire. Sag mir, bist du nicht mesmerisiert und bewitcht bei meinem Kampf heute? Oh, riecht. Wie kann ich wegsehen? Du bist wie ein Valkyrie-Descendant. Ich weiß, dass ich nie mit der König der Höhe-Societie trüben werde. Haha. Nicht wenn du dein Leben valust. Haha. Oh, dear. Valkyrie. Goodness. Haha. Ich bin froh, dass du das genutzt hast. Wahrscheinlich gesagt, ich brauch ein gutes Glück. Um. Kann ich dir etwas sagen? Wenn du sagst, dass du mich magst, wie ich bin. Das bedeutet ein großes Problem für mich. Weil ich auch für dich interessiert. Und wie wir uns lachen über die schlimmsten Dinge. Ich fühle einfach wunderbar, wenn wir zusammen sind. Wow. Danke, Claire. Es ist sehr lustig, dich zu sagen. Du machst mich irgendwie bluschen. Tja. So kann es gehen, ne? Wir lassen mich. So. Kommt da mal weg. Und äh. naja ich lass mal noch hier stehen ich glaube ich ganz sinnvoll er kann mich doppeln das ist nicht so schön man dafür mache ich will deutlich mehr schaden aber trotzdem er doppelt mich einfach zu pöbel frech frech so lukas meine wand tut mal wieder ganze arbeit so wie ich es von ihm gewohnt bin sehr schön ja und tobin nimmt die reiter auseinander so wie es von ihm gewohnt bin ist ja auch sein job steht so in der job beschreibung weiter auseinander nehmen wie viel verteidigung hast du mag mir irgendwie nicht gefallen die idee sie das noch mit reinzustellen keine ahnung warum nicht aber ich brauche ich eigentlich nicht so du hast 20 angriff und genug geschwindigkeit abgeben dann nehmen wir jetzt mal hier hin gucken wir uns um den da so und abend greift sich hier noch mit an ok auch schön schöner hit und den kreuz schnitt gelernt sehr schön stimmt ist ja schon die maximalrechte weite so einfach nur einfach weil sturm lanze ja sturm lanze so sieht nach einer guten idee aus so sehr gut ja 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 versuch du nur an meiner mauer vorbeizukommen wird eh nix so womit will ich euch denn noch belustigen hier seraphim guck mal so so stell dich mal kurz weg ne kommt hier ein feurio rauf feurio sehr schön ok du hast nur erholung nur in anführungszeichen natürlich aber ähm mit dir kann ich nicht auf distanz heilen das wollte ich damit sagen tot ne ist halt immer so ne sache hm dann bin ich auf 22 runter und er wird sein nee nee das ist mir nix da ist mir grad mal nix äh quatsch hab ich hier oben noch ich hab doch die hier oben noch so dann gucken wir doch mal was wir hier noch so schickes anstellen können so sowas zum beispiel nee der donner würde nicht das bringen was ich gerne hätte dann darf man mit hilder erst mal angreifen äh mit hilder ja ok sie kriegt ihn auch tot auch in ordnung auch voll in ordnung definitiv mehr verteidigung ist schön gefällt mir ok jetzt halt auch wieder der bogen schütze der da rankommt ne so pulgativ heil mal bitte die 7 kp wieder hoch so und ihmchen kommt hinterher gedackelt moment du hast 11 verteidigung die haben 16 angriff das sind 15 15 hier kommen 24 auf 9 nochmal 15 dazu äh nee 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 hab ich schon nee gesagt nee machen wir mal nicht ich bin zwar manchmal ein bisschen verrückt aber nicht lebensmüde also definitiv nicht lebensmüde ja meinetwegen mach halt hm oh darauf habe ich nicht geachtet shit okay damn 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 Bis zum nächsten Mal.